Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Bansch Kazooie Schraube Locker. Wir sind hier in Act 4 der Lockbox 720. Beim letzten Mal waren wir hier auch schon drin. Hoppala, ich war das nicht. Ja, und da waren wir ganz oben und haben Humba Humba im Flug ran besiegt. Und das nicht gerade... Was war das? Das war nicht gerade einfach. Nein, ich will da hin. Nein! Jetzt geht er hoch. So, die anderen Puzzleteile sind entweder... Ja, die sind, glaube ich, alle unter mir. Insgesamt gibt es hier 5 Puzzleteile und eins hat mich schon als so. Da sind vier da. Upsi! Ja, wo ist denn der andere? Der müsste jetzt genau unter mir sein. Ah, da unten. Mein Auto hat es noch überlebt. Da hinten ist auch jemand. Den wir dort als erstes Mal hinten... So, Mumbo. Du, kleiner Wicht. Und... Wenn die Latoren alle klemmen, Mumbo nicht für den Sicherungssystem, um lieber zu kühlen. Nicht mal Schamane-Magie rette Mumbo jetzt vor Hotline-Platz. Wer hat die Idee? Ein ahnungsloser Hotline-Mitarbeiter. Du trägst nicht wirklich viel dazu bei, das Knitsche zu entkraften. Mumbo. 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 Kümmern. Spitzen. Äh. Equipment. Äh. Äh. Häft. Äh. 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 Knochen-Gesicht. 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 Wir trennen uns... Äh. Ne. Da unten ist schon einer. Huppala. So. Geschafft. Gut. Wie. 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 So. Auch fertig. Dann müssen wir, glaub ich, jetzt wieder... Äh. Neuladen, oder? Muss es jetzt irgendwo finden? Da. So. Wo ist das nächste? Da. Ja. Locker. Upsi. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Hoch da. Hoch da. Komm schon. Hoch da. Ne. Wo ist das nächste? Wo ist das letzte? Da hinten irgendwo. Da. Ja. Okay. Lassen wir mal einfach. Mit der Tetro wehen. Oh. Danke. Bär. Vor geladen. Gut da. Ich wusste. Ja. Mein Auto ist wie immer schon mal weg. So. Da hinten ist was. Achso. Gehen wir mal. Upsi. Gehen wir mal da runter. Und vielleicht finden wir sogar hier noch einen Jinjo. Ja. Tatsächlich. Ein Roter. Wat? 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 Jinjo kampf? Jinjo schleudern. Ja. Das hier ist eine Jinjo schleuderaufgabe. Ramme den Jinjo um ihn so weit wie möglich fliegen zu lassen. Und wenn er die Zieldistanz erreicht, gewinnst du einen Jinjo Token. Ja. Nimm das mit. Seid gegrüßt der Unvogel. Jinjo schleudern hier angeboten. Ich... Ich spreche in... Heiko. Ich bin im ordentlich Anlauf und schieß mich da weg. Okay. Das müssen wir unsere... Der Klotz. Der Klotz ist dafür gut. Denk ich mal. Huuuuu... Nein! 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 Ganz toll. BAM! Nein! Verdammt! das war gar nicht gut ja ich weiß die blöde cd ist im weg was ist denn mit meinem fahrzeug los jetzt richtig hin mann oder flech ja das war so schlecht wie mein bruder mein klo ist weg Aber was ist denn mit meinem Fahrzeug los ? Nee, 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 du bist der tomargetein. Kann ich das Ding auch nehmen ? Ich kann das Ding doch auch, glaube ich, nehmen, oder? Ja, natürlich. Moment, ich schmeiß das jetzt mal da hin und dann... Da raus! Nein, 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 nein! Nein, oh Mann! Der Eck da! Ja, komm! Runter, 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 runter! Nein! Jetzt reicht's aber! Ich muss ganz direkt hier weg! Wo ist mein Auto? Wo ist mein Auto hin? Geh doch, komm runter von der ZD! Mein Auto ist weg! Okay, laufen wir da hin! Was bist du? Du hast mein Auto gekippt oder so! So, da ist jemand, das Klungo! Bitte sehr, ich hab ein Haus hier mitgebracht! Achso, was weiß ich denn? Hey, Lugo, du scheinst auch niemals vor dich zu sein! Was ist jetzt schon wieder los? Lugo, unversichtig! Schmeiß unter Klübersch... Schmeiß unter Klübersch... Schmeiß unter Klübersch... Den Wurzeln... Den Wurzeln... Muskeln... Muskeln... Den Wurzeln... Den Wurzeln... Den Wurzeln... Wenn ich es nicht besser wüsste, werde ich sagen, du brauchst unsere Hilfe! Und hast ein Jiggy dafür übrig! Das ist doch so, 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 so! Den ist gut dran! Bitte! Nur den Wurzeln... Den Wurzeln... Den Wurzeln... Versteht ihr mich überhaupt noch? Der Wurzeln... Der Wurzeln... Der Wurzeln... Der Wurzeln... Ich weiß nicht, warum wir ihm helfen werden, Jo! So, im nächsten Level wird er wieder ein Tollpatsch sein und etwas anderes haben! Wer bitte? Klug oder den Klübersch... Achso, da muss ich den Wurzeln hinbringen! Jaaa... Guuut! Dann nehmen wir doch den Humba-Shopper! Nicht wahr? Humba-Shopper 2! Hahaha! Hahaha! Ja, wo ist denn der Teil überhaupt? Das hängt doch da, oder? Aha, ja! Oh Gott! So! Mit dem! Nein! Ich muss das glaube ich nicht mal richtig hoch bringen, oder? Ich muss das nur... zu so einem Ding bringen! Warum liegt der da? Achso, ich glaube ich muss ihn erstmal mitnehmen, oder? Oh! Ja, das machen wir wieder neu! Da hängt ja einer Kette dran! Ich muss ihn da glaube ich erstmal abreißen! Moment! So, jetzt haben wir das! Nein! 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 So... Ich muss das jetzt glaube ich... ganz hoch bringen, aber... ...ich bringe es einfach... zu diesem kleinen Teil dahinten. Wieso hat man denn da so lange Zeit? Okay, weil das Ding wahrscheinlich schwer zu fliegen ist. Und rein nach. Komm schon schneller, 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 schneller. Oh, wir haben genug Zeit. Und fertig. Oder? Ah, ha, 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 ha. Lädt mich zur Besten. Wunderbar. So. Ordnung gesehen. So, und schon sind drei Wurzelteile fertig. Das nächste ist da hinten. Ups, hab ich doch gesehen. Das hab ich jetzt wirklich nicht gesehen. Oh nein. Oh nein. Was ist das? Wo ist er denn? Ach so, der ist hier bei mir. Warum hab ich jetzt dieses Ding hier drin? Ich will das nicht. Das will ich auch nicht. Das will ich auch nicht. Nee. Dann nehm es halt mit. Das. Was war das? Wo ist er hoch? Nein. Nein, nein, nein. Ich vielleicht lieber im Auto sitzen. Da kommt jemand. Nee. So. Da ist es. Da ist es. Da ist es. Ich muss da runter. Ich muss da runter. Ich muss da runter. Ich wollte da. Ich wollte da unten runter. Wo bin ich denn jetzt? Level 4? Ich muss auf Level 2 oder so. Das ist da unten. Das ist da unten. Irgendwo. Wow. Wow. Sehr wert. Wow. Da. Kannst du mir nichts anhaben. Da unten. Ich muss also da runter springen. Genau. Hier drunter. Okay. Da kann ich hin. Aber ich habe jemanden gesehen. Huiiii. Bamm. Wieso springst du aus dem Auto raus? Da steht ja man schon wieder Pottels. Willst du, dass ich schon wieder die Lichter ausmache? Bringt das Gewicht? Oh nein. Wenn ich nur die Kraft hätte das Ding da anzuschalten. Ja. Ja. Was ist denn los? Ja. Dann schau mal. Dann schau mal. Hier überall sind diese Gewichte. Und die musst du halt drücken. Und wenn mein Auto zu... Ja. Ich bin zu... Dings. Und deshalb... Ich... Ja. Muss ich mal kotzen. Und deshalb brauchst du ein neues Fahrzeug. Okay. Also... Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und ihr auch. Müssen wir ja wohl jetzt ein schweres Fahrzeug nehmen. Was eignet sich dafür besser als den Huber schwer? Haben wir damit? Nee. Den kann ich glaube ich nicht nehmen. Nee. Nee. Dann nehmen wir den... Klotz. Wir nehmen den Klotz. Der fällt zwar leicht umfällig auf, aber... So. Wo ist denn Nummer eins? Da hinten. Der da. So. So. So, da können wir ja noch mit Leichengewicht drauf. So, dann haben wir Nummer 2. Da haben wir was, dann können wir mitnehmen. Ich baue das jetzt einfach mal hier oben drauf. Und zwar genau so. Ja, bei Andrews. Ich muss auch mal runter damit. Oh, das ist jetzt natürlich genau wie bei mir, ist ja klar. Da hinten ist was. Ui, nein. 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 Steh auf und fahr. So, das ist 5. Das ist das Schwerste. Was? Was? Zungen? Jetzt geht es mal rauf. So. Das reicht nicht. Na komm, rauf dann. Ich muss das hier auch noch anbauen. Schwer, schwer. Ja, das hätte ich heute hier auch. Also passt das nicht. Achso, der steht da oben. Ja, wot? Verdammt. Da hängt doch auch noch was. Das J von Banjo. Nimm's, nimm's doch. Die CD läuft irgendwie schneller, oder? Was ist passiert? Nee. Nein. Nein. Das da bin ich. Nee, 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 nee. Es. Nee. Geschafft, so. Wir können zwar nur noch Puzzletail gewinnen, und auch wenn wir immer umfallen, nee, wir gewinnen das. Was zum Teufel? Ja, ganz toll. So kann ich natürlich noch fahren. Jetzt kann ich mein Fahrzeug nicht rumdrehen. Jetzt schon. Ach, Mann, ey. Nein. Da. Geh doch da hin. Jetzt halber. Danke sehr. Nein. Nein, der Scher. Tschüssi. Jetzt reicht es hier aber. Ich erstelle mir jetzt ein Fahrzeug. Neues Fahrzeug. So. scher. Wo. Ja. Ja. Och derациj. Ich schon. DID ich nochensinhe, 17 cm. Was. Das war's für heute. Komm mal, hau! Komm mal, komm! Was soll ich damit? Was soll ich damit? Was soll ich damit? Was soll ich damit? Nein, gewischt. Gewischt? Was soll ich mit einer Ge Wii U? Was soll ich damit? Was soll ich sagen? Das ist gut. Was soll ich damit? Was soll ich mit einem Schluck? Otwösschluck. Leute! Das könnte doch ein wenig dauern. Spult einfach vor. Aber wenn ihr wollt, wenn ihr zusehen wollt, dann... Ihr habt wahrscheinlich bestimmt schon alle abgeschaltet. Ich will, dass das Gewicht ganz oben ist und ich will den Erfolg haben, dass ich 100 Teile benötigt habe. Wie ganz toll. Dann nehme ich halt das da. Ich weiß nicht, dass das da noch. Nein, nein. Nein. Munition. Wir packen einfach noch Munition drauf. Antrieb. Ne, ne, ne. Okay. Hier noch Treibstoff. Ein Sitz natürlich. Irgendwo. Dann hier hinten so zwei kleine. Und hier vorne neben Banjo. Und hier. So. Wie schwer ist das Ding denn jetzt? Lässt sich das Teile überhaupt noch lenken? Ja, es geht doch nicht um. Das ist schon mal gut. Ganz hier hochfahren. Ja, sehr gut. Okay. Und das benennen wir jetzt. Und zwar heißt das, äh... Dickes Ding. Was? Dickes Ding. So. Damit fassen wir uns jetzt auch wieder. Ja. Der Part ist zwar schon vorbei, aber das ist mir jetzt egal. Oh nein. Ich schraube mich schon da gleich runter. Ja, sag ich doch! Nein! 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 Das startet mir am besten neu. Warum auch immer, Armband? Ich starte uns einfach mal neu. Ach ja! Danke sehr. Schwerer! Schwerer! Ja, ganz toll schwerer! Schwerer! Das ist schon schwer genug, ich kann es nicht mal steuern. Oh nein, jetzt geht das hier schon wieder los. Ja, natürlich. Dann fahr doch gleich runter, oder nicht? Hast du ja genug Zeit, ja Banjo? Hupas Monsterräder hier? Das sind auch nichts. Hallo? Da ist was. Gut. Was? 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 Zwei fehlen noch. Ich weiß es da hinten, da komme ich jetzt hoffentlich hin, wenn ich einfach nur geradeaus war. Oder nicht? Ich habe mal die ganz schweren Teile verloren. Nein! Grundbund! Einfach runter! Einfach runter! Einfach runter! Einfach runter! Einfach runter! Einfach runter! Das funktioniert, das kann man ausgenutzen! Das wird dieser Titel fehlen! Nein! 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 Ach, es fehlen noch zwei! Ja, ganz toll! Große Klasse! Wie komme ich da jetzt hoch? Da hinten? Nein! Nicht dagegen! Nicht dagegen! Nicht dagegen! Nicht dagegen! Nicht dagegen! Hoch runter! Hoch runter! Das ist eine richtig schwere Sache! Ja, was denkst du, was ich gerade mache? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Das wird was! Das wird was! Ja! Mindestens ein Puzzleteil! Okay, Entschuldigung! Das muss es sein! So, wir haben immer noch ein Puzzleteil, gell? Ne! Oder? Haben wir jetzt hier alles? Wir gucken mal kurz auf die Statistik! Ach so, da wird da oben noch ein Puzzleteil, ja! So, hier sind wir da! Echt vier! Gut, wir haben alles! Sehr gut! Dann endlich hier raus! 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 Und Leute, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder! Also bis zum nächsten Mal! Bis einer! Ciao! Ciao!